Da bringt das ja was. Hallo, ganz bestimmt nicht. So, ich muss eben hoch, Wasser nachladen. Jetzt macht das hier alle meine Flur auch mal kaputt, oder was? Das ist aber nicht hier. Mal. Egal. Ich hab noch genug. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Tschüss. Tschüss. Ja, das kann doch nicht sein. Jetzt hab ich eine Frau her, stellt nur drei Augen. Geil. Mit, wat? Vier Augen. No. Jetzt sind wir gleich mit fünf Augen. Oh man, ich glaub ich warte jetzt mal, bis alle da weg sind und dann kann ich jetzt weitermachen. Weil das ganze Wasser erstmal entfernt ist. Sonst klappt das sowieso hier nicht. Lalalala. Also, da ein hin. 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 Es. So, gib ihn. Gib ihn. Es. Wasser holen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus Auch wenn ich glaube, dass das überhaupt nichts bringt Die hier aufnehmen, weg 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 Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Hoh! So, hoch. Wenn man hier Plasma gebraucht oder so, dann schon Wasser. Wort geht ab, ey. Cross. So. Fluoro Evolution. Ich kann kaum glauben, dass ich gerade mit eigenen Augen gesehen habe, aber dieses Fluoro war nicht so von mir geplant. Ich kann nur schlussfolgern, dass sich die Fluoros in dieser Fabrik an die Lava in ihrer Umgebung angepasst haben. Sie haben in der Tat ihre Form weiterentwickelt. Ich muss ganz genau auf geändertes Verhalten dieser neuen Entitäten achten. Diese scheinbar statischen Maschinen scheinen doch weitaus verformbarer, als ich je gedacht hätte. Ah ja, äh. Achso, damit kann ich den hier hochholen. Gut, ähm. Da irgendwann? Wir gehen jetzt erstmal runter. So nach und nach haben wir alles. Diese blöde Maus geht mir halt auch nervig. Ich benutze die Maus nicht, wirklich. Achso. Nicht so von mir geplattert, mach mal. Mal gucken, was er macht. Also. Okay, da werden wir wahrscheinlich eher... Ja. Den hier brauchen. Auch wenn er jetzt gerade kein Fluoros hat. Ha! Hilfe! Und dann? Wann dann? Da brauchen wir mal ein Wasserfiel. Okay. Also. Einmal hier eins. Äh. Einmal hier eins. So. Das heißt. Oh, ich muss gerade schon auf der Uhr. Äh. Weil. Das ist nicht mal. Waaaaa. Geh mal kränkenhaus, ey. Scheiß Drecksvieh. So. Jetzt. Und auch hier auch. Also. Jetzt. Ah. Durch Dampf ist das jetzt dann auch wieder. Cool. Also. Ich finde dieses Spiel jedes Mal wieder neu. Aufs neue Hammer. So. Ähm. Also. Man kann Dampf entstehen lassen. So. Hm. Äh. Wir gehen jetzt erst hoch. Weil. Vielleicht ist da ja noch was. Hier geht's glaube ich gleich weiter oder so. Hm. Da steht hier auf Humoros. Äh. Geh jetzt einfach da hin. Hallo. 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 So. Hallo. Nummer 2. Das Problem ist, wenn ich jetzt da mit einer Hand halte. Dann sterbe ich dadurch. Und wenn ich rot bin, wenn ich so einmal angefackt bin, dann bin ich tot. Bleibst du jetzt da einfach stehen oder was? Weg. Matsch. So. Äh. Entschuldigung. Telefon. So. Und schon bin ich wieder da. Äh. Da ging grad das Telefon. Ihr habt's gehört. Da muss ich leider dran gehen. Familienvater. Jetzt ist das nochmal so. Ähm. Ne. Wir spielen immer noch mit Joypad. Äh. Hier. Ah. Hier. Mal sagen. Was macht der denn? Auch nichts. Oder was? Achso. Auf. Ich weiß jetzt die erste Maschine. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gucken. Hier haben wir hier Maschine Nummer 2 jetzt repariert. Aber wo ist die Maschine Nummer 1? Ich weiß nicht. Mal gucken. Ob wir hier zur Maschine Nummer 1 gehen. Ich kann mich jetzt mal drüber beruhigen. Oh. Das ist ja mal geil. Ach. Hier ist Maschine Nummer 1. Und da muss ich ja da irgendwas machen. Das ist der Aufzug. wie so da am 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 So, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. ... ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ähm, das einzige, was mir jetzt gerade mal einfällt, wäre... ... runter... ... auf... ... noch tiefer noch. Noch tiefer. So, und zwar... ... dann fällt mir gerade ein. Weil mir ist ja eingefangen, zack, und weg. Nau! Ähm! So. Ah, hier ist die Maschine Nummer eins. Ähm, weg! Watsch! Und... ... ne, ne, watsch! 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 So, ich glaube, jetzt kann ich mich aber auch automatisch wieder zur zweiten Maschine porten. Die erste und zweite haben wir fertig. Gut. Ja, das ist doch mal so eine Sache, die funktioniert doch nicht mal. Ähm, und zwar müssen wir jetzt hier weiter. Die Maschine Nummer zwei. Muss jetzt hier hoch wahrscheinlich. So. So. Also das gefällt mir jetzt gerade. Das geht recht gut voran. So. Und jetzt? Also da komme ich nicht durch. Und da möchte ich gerne hin. So. Das ist doch jetzt laufend. Seid selbstproduzierend oder was? Ich kann sie nur so abziehen. Sie müssen nur ein bisschen hoffen. Aus! Ich will da Zeug da haben, Mann! Da hinten dieses Zeug will ich haben, aber wie? Also eine Möglichkeit ist, wir gehen jetzt hier hin, machen den hier und damit können wir erstmal die Produktion des Zeugs da ausschalten. Dann setzen wir hier erstmal auf den Floß hin. Komm, 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 komm! Nein! Mal wieder an. Und zwar wenn ich jetzt hier vom Matschen... Matschen! Nein, 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 nein! Den hier machen! Damit dann noch nicht nur schaffe, die Produktion auszuschalten. Ja! Jetzt das schon wieder an! Also, wir müssen, wir müssen das tun! Die Produktion ausschalten! Dann gehen wir durch! Schnell wie möglich! So! Hier! Hallo! Hallo! Warum ist denn jetzt der schon wieder aus? Weil ich gerade auf dem Desktop war wahrscheinlich! ... 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